Vielen Dank, dass ich Deutsch mit Ihnen sein kann. Danke sehr. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident. Perfekt German. Ich habe sieben Jahre im Land Deutsch gelernt, seit 30 Jahren. Wo? Ja, ja, in Vorno-Antolinochschule, in Izmir. Hier in Izmir? Aber ich habe keine Praxis seit 30 Jahren. Aber es ist gut, ne? Er hält sogar Leben auf Deutsch, ne? Er ist delivering speeches. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Danke schön. 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 Ich spreche mit Ihrem Präsidenten. Interessant, jetzt gerade.